So, hallihallo meine lieben Freunde, ich bin der Igel und ich habe mal gedacht, ich mache auch mal wieder ein Video, weil das wäre eigentlich auch mal ganz cool, dann seht ihr mich mal wieder, dann freuen sich alle, yay, oder auch nicht, ist ja wurscht, und auf jeden Fall wollte ich jetzt eigentlich hauptsächlich anmerken, dass ich auch mich auf der Gamescom befinden werde, ich werde dort ein bisschen rumhängen, rumgucken, mich mit Leuten treffen und so weiter und so fort, und werde mal gucken, was ich da sonst so machen müsste, ja, auf jeden Fall werde ich da mit meinem eigenen Gruppchen zusammen rumhängen, wir werden sicherlich auch beim Sui Shomaru in der Nähe zu finden sein und mit wem auch immer er so rumhängt, ja, ansonsten, falls ihr mich da also seht, ihr könnt auch mal Hallo sagen, ich bin jetzt nicht da, um irgendwie so großartig eine Session da irgendwie zu machen, sondern für mich so mehr, ne, klar, aber ich habe da gar kein Problem mit, ich freue mich dann auch mal, wenn da einer ankommt und sagt, ey, dich kenne ich ja auch, ey, du bist gar nicht so gut wie die anderen, oder so, keine Ahnung, irgendein Blödsinn halt, was weiß ich, also, könnt ihr machen, ich, äh, ja, ich werde dann ganz locker reagieren und sagen, ja, ja, hau mal ab, bitte, ne, nein, Quatsch, ich, äh, rede dann auch schon mit euch vielleicht, oder so, wenn jemand Interesse darüber überhaupt hat, vielleicht mache ich das Video jetzt auch mal für ein, zwei Personen, die sich jetzt einen Ast abfreuen, und der andere Teil denkt sich so, ah, ist mir noch was, was der macht, der bei einer, ist ja auch egal, ähm, also, wenn ihr da seid, ich bin Sonntag nur da, nur Sonntag, keine anderen Tage, äh, ich habe keine Zeit dafür, die anderen Tage schaffe ich nicht, und, ähm, ja, aber trotzdem, da, denke ich mal, werden wir gucken, dass wir möglichst früh da sind, äh, auf jeden Fall Vormittag irgendwann da antranzen, zehn, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht früher, muss ich mal gucken, und, äh, ja, dann dürft ihr mich da sehen, ja, gut, mir habe ich nichts zu sagen, ich habe auch keinen Bock, jetzt ein 20 Minuten Video draus zu machen, wenn ich nicht viel zu sagen habe, äh, also würde ich sagen, beende ich das Video, hier. Ja, na gut, ähm, wieso läuft das Video noch? Ach, ich muss ausmachen, tschüss!